. 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 So, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüssen hier in unserem neuen Mehrzweckraum vom Neuhaus zu dieser musikalischen Geschichte. Schön, dass Sie alle hierher gekommen sind und den Weg gefunden haben ins Neuhaus, um mit den Flöte-Schülerinnen und Schülern zusammen am Nachmittag die Geschichte zu geniessen. Wir sind alle hier versammelt, Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch Gäste von aussen. Und das freut mich ganz besonders. Und ich hoffe, Sie können die Atmosphäre hier bei uns mit den schönen Liedern oder Musikstücken und die Geschichte auch geniessen. Die Geschichte stammt aus den Federn von Max Polliger, der kürzlich verstorben ist. Der Schweizer Autor, der verschiedene Kinder- und auch Erwachsenengeschichten geschrieben hat. Und Rosi Amann hat diese Geschichte vertont. Das ist die Geschichte vom Prinz Heinrich. Ich werde jeweils den Erzähler machen, also Ihnen die Geschichte vorlesen. Und die Vertonung hören wir dann ab der Bühne. Das ist die Geschichte vom Prinz Heinrich. Das ist die Geschichte vom Prinz Heinrich. Nochамтерpapiert. 陳ён, esserpapiert. Alleera, hierzu und fledgelen. Die Geschichte vom Prinz Hohanau. Deinegevin der Cele Attit. Deres Waden und getting bed Untertitelung. BR 2018 Es war einmal ein kleiner Prinz. Wie viele Prinzen wohnte er in einem Schloss, mitten in einem Park. Er hiess Heinrich. Er ist ein kleiner Prinz. Heinrich war sehr verwöhnt. Er bekam alles, was er sich wünschte. Aber er war trotzdem nicht glücklich. Er lachte nie und er weinte nie. Seine Eltern, der König und die Königin, machten sich Sorgen. Was fehlt dir denn, fragten sie. Heinrich antwortete, ich habe alle Spielsachen, die es auf der Welt gibt. Was mir noch fehlt, ist ein Luftballon. Wenn es weiter nichts ist als das, sagten der König und die Königin und schenkten dem kleinen Prinzen einen Luftballon. Wenn es nichts weiter ist, wenn es nichts weiter ist. Wenn es nichts weiter ist als das, als das. Wenn es nichts weiter ist als das, als das. Ein Tag lang vertrieb sich Heinrich die Zeit mit dem Luftballon. Er füllte ihn mit heisser Luft und schwebte damit über dem Schloss wie eine Wolke. Er füllte ihn mit dem Luftballon. Er füllte ihn mit dem Luftballon. Aber Heinrich lachte nie. Und er weinte nie. Es war alles wie vorher. Der König und die Königin machten sich Sorgen. Er füllte ihn mit dem Luftballon. 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 Was fehlt dir denn? fragten der König und die Königin, und Heinrich antwortete, Ich habe alle Spielsachen, die es auf der Welt gibt, und ich habe einen Luftballon. Was mir noch fehlt, ist ein Bär, der tanzen kann. Was mir noch fehlt, ist ein Bär, der tanzen kann. Was mir noch fehlt, ist ein Bär. Was mir noch fehlt, ist ein Bär, der tanzen kann. Wenn es nichts weiter ist als das, sagten der König und die Königin, und schenkten den kleinen Prinzen einen Bären, der tanzen kann. Einen Tag lang vertrieb sich Heinrich die Zeit mit dem Bären. Er musste tanzen und an der Leine gehen. Er ist ein Bär, der tanzen kann. 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 Aber Heinrich lachte nie und er weinte nie. Es war alles wie vorher. Der König und die Königin machten sich Sorgen. Was fehlt dir denn? fragten sie. Und Heinrich antwortete, ich habe alle Spielsachen, die es auf der Welt gibt. Ich habe einen Luftballon, einen Bären, der tanzen kann. Was mir noch fehlt, ist ein Regiment Soldaten. Kommitensen Slay Inst confinementinstrument reisingen inevitable. Ich habe einen Augenblick bee avec euch. WESNÖEN WESNÖZE Wenn es nichts weiter ist als das, sagten der König und die Königin und schenkten den kleinen Prinzen ein Regiment Soldaten. Einen Tag lang vertrieb sich Heinrich die Zeit mit dem Regiment Soldaten. Er ließ sie trommeln, reiten und marschieren. Trommeln! Applaus 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 Vielen Dank. 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 Nein. 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 Gib mir dein... Nein. 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 und waren glücklich, der kleine Prinz und der Gärtnerjunge zusammen mit dem Kaninchen. Musik Musik Der König und die Königin wunderten sich über den kleinen Prinzen und fragten ihn, Was fehlt dir denn? Heinrich dachte lange nach. Musik 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 Was mir fehlt, sagte Heinrich, was mir fehlt, sind nicht Spielsachen, ist nicht ein Luftballon, nicht ein Bär, der tanzen kann, nicht ein Regiment Soldaten und auch nicht ein Kaninchen. Was mir fehlt, ist jemand, mit dem ich spielen kann. Musik Der König und die Königin waren betrübt und sie sagten zum kleinen Prinzen, Einen Freund können wir dir nicht schenken, den musst du dir selber suchen. Musik Ich habe ihn gefunden, sagte Heinrich und lachte zum ersten Mal. Musik bye. Musik 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 Amen. 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 Thank you. Amen. 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 Amen.